LASST UNS FEIERN! Im wildesten Wasserpark der Welt war die Party nie heißer. Sag mir, dass du unsere alten Rettungsschwimmer nicht durch Stripperinnen ersetzt hast. Wasser geprüfte Stripperin. Und die Gäste waren nie... ...hungriger. Mami, ich wurde gebissen. Es war ein Piranis. Es war kein Piranha. Die sind wieder da. Diese Piranhas haben Ewigkeiten in unterirdischen Seen und Flüssen verbracht. Einige Fische könnten verwirrt sein und versuchen in künstliche Entwässerungssysteme einzudringen. Bist du das etwa? Au! Was ist? Doch immer es ist, ich mag es nicht. Geh nicht ins Wasser. Meine Damen und Herren, der bekannteste Rettungsschwimmer aller Zeiten! Lasst uns nass werden und abgehen! Da ist etwas im Wasser! Genau dann, wenn du dich sicher fühlst... Du sterben Menschen, tun sie doch was! ...und deine 3D-Brille wieder aufsetzt. Zunächst einmal... Ich bin kein Rettungsschwimmer. Ich war nie einer. Und außerdem ist es eine Form natürlicher Selektion. Noch mehr Action. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Was hast du mir angetan?! Noch mehr Terror. Noch knappere Bikinis. Bringen Sie mir meine Beine. Piranha 2 ... ... ... ... Vielen Dank.